Unglaublich. Nach den kontroversen Äußerungen von Lars Klingbeil während der jüngsten Elefantenrunde, in der er Alice Weidel und die gesamte AfD als Nazis bezeichnete, hagelt es nun Strafanzeigen gegen den SPD-Politiker. Diese verbalen Entgleisungen, so Kritiker, seien symptomatisch für die zunehmende Nervosität und Frustration innerhalb der SPD, die sich in letzter Zeit immer häufiger in solchen Äußerungen manifestiere. In einer hitzigen Diskussion während der Elefantenrunde griff Klingbeil die AfD und ihre Mitglieder scharf an, indem er sie als Nazis bezeichnete. Diese Äußerungen wurden nicht nur als unangemessen, sondern auch als potenziell strafbar angesehen, was nun zu einer Reihe von Strafanzeigen führte. Die Aussagen Klingbeils haben sowohl innerhalb als auch außerhalb des politischen Spektrums für Aufruhr gesorgt. Während einige SPD-Politiker sich bislang nicht öffentlich zu den Äußerungen geäußert haben, wurde von der Öffentlichkeit eine klare Distanzierung und eine Entschuldigung gefordert. Alice Weidel selbst reagierte bemerkenswert ruhig und sachlich auf die Angriffe, was ihr Respekt einbrachte. Die Vorfälle um Lars Klingbeil sind nicht die einzigen Beispiele für verbale Entgleisungen innerhalb der SPD. In jüngster Zeit wurden mehrere SPD-Politiker für ähnliche Äußerungen gerügt. Ein prominentes Beispiel ist die SPD-Abgeordnete Deria Türk-Nachbauer, die während einer Bundestagssitzung eine despektierliche Bemerkung gegenüber einem parteilosen Abgeordneten machte. Diese Häufung von Vorfällen deutet darauf hin, dass die Nerven innerhalb der Partei zunehmend blank liegen. Die Medien haben unterschiedlich auf die Ereignisse reagiert. Während konservative und rechte Medien die Vorwürfe gegen Klingbeil stark betonten, verurteilten linke und liberale Medien den Boykott der AfD und forderten eine differenziertere Auseinandersetzung mit dem Thema. Die Diskussion in den sozialen Medien war ebenfalls intensiv, wobei die Meinungen stark auseinandergehen. Die Kontroversen um Klingbeils Äußerungen könnten langfristige Auswirkungen auf die politische Landschaft in Deutschland haben. Sie zeigen, wie tief gespalten die Gesellschaft ist und wie schwierig es ist, einen konstruktiven politischen Dialog aufrechtzuerhalten. Die kommenden Landtagswahlen werden zeigen, ob und wie sich diese Ereignisse auf das Wahlverhalten der Bürger auswirken werden.